Das SAP S4HANA Einführungsprojekt. Herzlich Willkommen zu meinem Video zu diesem Thema. Ein häufig diskutiertes Thema. Jeder SAP-Kunde ist davon betroffen, sich zu überlegen, wie kommt er von seinem SAP ERP-System, der Business Suite, zu S4HANA, der neuen Generation der SAP-Unternehmenssoftware? Wie gestaltet man das Transitionsprojekt, die Migration, was zu berücksichtigen und wie läuft eigentlich dann dieses Projekt ab? Ich habe dazu hier ein paar Phasen notiert, die für mich persönlich eigentlich wichtig sind und auch zu unterscheiden sind. Selbstverständlich ein S4HANA-Transitionsprojekt. Das hat gewisse Größe. Hier braucht man gutes Projektmanagement, ein gutes Change-Management. Man muss rechtzeitig starten und rechtzeitig sich einen Plan machen, um das dann alles sauber und seriös durchzuziehen. Dann ist es aber auch wiederum auf der anderen Seite kein Projekt, was wesentlich anders ist als viele SAP-Projekte, die wir bereits im Vorfeld alle gemacht haben. Unterschied vielleicht, alle Unternehmensbereiche, alle Module sind betroffen. Hiervon müssen auch mitarbeiten. Hoher fachlicher Anteil. Nicht umsonst sagt man eben, das S4HANA-Einführungsprojekt ist ein Fachbereichsprojekt. Ja, diesmal am Rande. Wir wollten einmal auf die verschiedenen Projektphasen eingehen und da geht es los mit einer Roadmap-Phase. Was bedeutet das? Sich überhaupt einmal zu Beginn die Karten zu legen, die wichtigsten Grundsatzentscheidungen zu treffen und einen ganz groben Zeitplan mal auf die Zeitachse zu legen. Grundsatzentscheidungen sind jetzt schon erforderlich, denn viele von denen haben signifikante Auswirkungen später auf die späteren Projektphasen. Beispielsweise Vorgehen als Greenfield- oder Brownfield-Ansatz. Wenn ich einen Greenfield-Ansatz wähle, also ein neues System installiere, werde ich meinem bestehenden ERP-System natürlich nicht mehr so viel Liebe geben zum Thema Unicode-Migration oder H&H-Datenbank, denn das System ist ja bezüglich der Lebenszeit sowieso eingeschränkt und kann es dann eigentlich im Status quo belassen, soweit das möglich ist. Wogegen Brownfield eine Konvertierung, da habe ich dann ganz andere Voraussetzungen, die dann im System zu schaffen, sind und dann habe ich da natürlich Auswirkungen. Ähnlich, Grundsatzfrage, Public Cloud oder nicht. Auch dazu gibt es ja ein anderes Video, wo ich einmal die Unterschiede hier erklärt habe. Auch eine wichtige Grundsatzentscheidung für den Anfang. Ja, je nachdem, wie es im Unternehmen aussieht, braucht man einen Projektantrag, was dort üblich ist, eine Projektcharter, um mit diesem Projekt zu starten, sich auch aufwandstechnisch einmal zu nähern, auch wenn das in dieser Phase im Detail selten möglich ist, schon genau aufzuschreiben. Trotzdem, ja, man muss hier die Voraussetzungen für die Durchführung eines Projekts schaffen. Ja, ist dann in dieser Phase abgeschlossen. Nebenbei bemerkt sicherlich die, in der meine eigenen Kunden sich im Moment am meisten befinden und hier überhaupt für die Jahre bis 2025 sich da mal die Roadmap aufzustellen und wir hierfür Workshops und ähnliche Veranstaltungen machen. Nach Abschluss der Phase gibt es einen Bereich, in dem man Vorprojekte umsetzt, die, und das ist hierfür jetzt nach meiner Definition wichtig, die abgeschlossen werden können. Also typischerweise Dinge im klassischen, im aktuellen ERP, die durchgeführt werden, eine Voraussetzung bilden für das S4HANA-Projekt, aber vollständig abschließbar sind. Beispiele, Einführung des zentralen Geschäftspartners im ERP, Debitoren, Kreditoren auf zentrale Geschäftspartner-Mappen, Customer-Vendor-Integration durchführen. Ein Archivierungsprojekt, um die Datenbankgröße ein bisschen zu verringern, ist hier ein Beispiel. Custom-Code auf HANA-Datenbank-Readiness bringen, wäre hier ein Beispiel, da gibt es bestimmte SQL-Statements, die auf der HANA-Datenbank dann nicht mehr möglich sind oder tatsächlich die HANA-Datenbank selbst als Datenbank für das ERP-System einführen. Wenn das vor allem im Hintergrund der Roadmap sinnvoll ist, sind das Vorprojekte, die abschließbar sind. Warum ist das so wichtig? Man gewinnt damit einen entscheidenden Vorteil im späteren S4HANA-Umsetzungsprojekt. Das ist nämlich komplex genug und birgt eine ganze Menge Risiken. Und wenn man hier Komplexität rausnehmen kann, Themen, die man schon tun muss, aber vorziehen kann, um auch einen Strich drunter zu machen, dann bringt einem das im S4HANA-Umsetzungsprojekt hinten eine ganze Menge. Vielleicht ist es sogar so, dass unter dem Strich dadurch nicht weniger Aufwand entsteht, aber Risiko wird vermindert, indem man da Dinge auseinanderziehen kann. Deswegen hier in meiner Lesart eben Vorprojekte abschließbar. Dann geht es ins eigentliche S4HANA-Projekt. Zwei klassische Phasen. Design, Sie könnten Konzeption sagen und dann die eigentliche Umsetzung. Die Design-Phase kann man unterteilen in das technische und das fachliche Konzept. Im Bereich Technik gibt es eine ganze Menge Tools. Natürlich schaut man sich an, was brauchen wir an Hardware? Wie sieht es aus mit Sizing? Wie passt alles sowieso in meine Rechenzentrums-Infrastruktur-Strategie? Man kann verschiedenste Reports und Prüfungen auf dem System laufen lassen. Stichwort HANA-Readiness. Auch hier gibt es noch andere Prüfungen, entsprechend das Cockpit, die Tools der SAP, die man hier durchführen kann, um sich schon mal wichtigen Input zu besorgen. Der Simplification-Check, also welche Simplification-Items sind in meinem System hier von Relevanz, ist hier ein wichtiger Bestandteil und der liefert dann auch gleich den Input für den zweiten Teil der Design-Phase, die fachliche Konzeption. Kern von diesem fachlichen Vorgehen ist dann eine Fit-Gap-Analyse. Key-User, S4HANA-Spezialisten, IT setzen sich an einen Tisch in Workshops getrennt nach Fachbereichen, also sagen wir mal vielleicht ein FI, ein Logistik, ein Instandhaltungs-Workshop oder Team, je nachdem wie stark die entsprechenden Module jeweils im System genutzt werden. Und die kümmern sich um das sogenannte Fit-Gap. Also schauen, das was unser Prozess ist, das wie wir es heute leben im System. Wie sieht die Abbildung S4HANA aus? Und zwar unter der Maßgabe, wie man im S4HANA-Projekt vorgehen möchte. Sie können eine Fit-Gap-Analyse durchführen mit der Maßgabe, so nah wie möglich am Standard. Zurück zum Standard. Ein wichtiges, mögliches Projektziel. Dann sieht das Ergebnis, wie mein S4HANA-System hinterher genutzt wird, natürlich anders aus, als wenn meine Maßgabe ist, möglichst viel Innovation, möglichst viel individuelle Entwicklung, möglichst viel individuelle Prozesse würde ich mal sagen. Optimale Unterstützung bis hin zum Wunsch-Feature. Natürlich ergibt sich dann daraus ein anderes Konzept und eine andere To-Do-Liste, Arbeitspaket-Liste für die Vorhase-Umsetzung. Und das ist das Ergebnis aus beiden Teilen, sowohl der technischen wie der fachlichen Designphase, kommt eigentlich das Konzept heraus. Ja, der Business-Blueprint, wie Sie möchten das konkret hier zu nennen oder wie Sie es entsprechend auch umsetzen oder einplanen. Es ist die, unterm Strich, die Aufgabenliste für die Umsetzungsphase. In der Umsetzungsphase, logischerweise, ist IT wieder ein bisschen stärker im Lead hier als vorher im Bereich Fach, im Bereich Design, wo der starker fachlicher Lead da ist. Dann geht es darum, die Konzeption eben im System abzubilden und ITler fühlen sich in dieser Phase wohl, denn da geht es um die Bereitstellung der Hardware, das Aufbauen der Systemlinien, Durchführen des Customisings, eventuell Programmierungen müssen durchgeführt werden. Ja, Fiori mal in Betrieb nehmen, Fiori-Anwendungen hier vielleicht erweitern und daraus das funktionierende Zielsystem erstellen. Ja, dann arbeitet man in dem Einführungsbereich dann auf den großen Tag hin. Der Go-Live, der muss natürlich vorbereitet werden, durch ein vernünftiges Cut-Over-Projekt, Cut-Over-Konzept, Entschuldigung. Und natürlich eine spannende Frage, wie sieht es aus mit Wartbarkeit für das Produktivsystem? Wie schaltet man die Systemlinien, sodass man keine allzu lange Frozen Zone hat? Solche Themen sicherlich spannend. In der Roadmap-Phase sagt man, das wird schon klappen. Ja, das kriegen wir dann entsprechend hin mit unserem Know-How. Hier in der Einführungsphase muss man dann tatsächlich das konkret machen. Und auch hier einsortieren würde ich das Thema Testing. Sehr spannend natürlich. Aswana-Projekt aufgrund der Breite der betroffenen Prozesse ist ein sehr ausführliches Testing sicherlich angeraten. Und wenn es einen Moment gibt, ein systematisches Testmanagement im Unternehmen einzuführen, dann wäre es sicherlich das S4HANA-Projekt. Denn da hat man dann eine ganze Menge davon, das systematisch hier zu testen. Schulung und Know-How-Aufbau der Anwender für geänderte Prozesse sind hier ebenfalls drin und ein paar andere Punkte, sodass man dann eben zum Go-Live und Hyper-Care-Phase kommt, wie man sie eben von Einführungsprojekten kennt. Ja, also das sind die fünf wichtigsten Schlagworte zum S4HANA-Einführungsprojekt und den Phasen. Wenn Sie Interesse haben, wir können uns darüber gerne auch mal im Detail unterhalten, wie denn Ihr spezielle Phasenmodell aussehen wird und an welcher Stelle Sie sich momentan befinden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.